Yo Leute, was geht? Es ist euer Lieblings-Youtuber Maximus Rex. Abonnieren oder kapieren. Willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um das Thema 200% Testosteron-Boost durch FKK Sonnen. Also, wenn ihr eure Kronjuwelen, euer Zepter rausholt, in der Sonne und nackt seid, steigert das euren Testosteron-Spiegel nach 20 Minuten um 200%. Warum ist das so? Da unten, erogene Zone und das Sonnenlicht wird da ganz anders verarbeitet als auf der normalen Haut. Es ist viel intensiver zu spüren. Probiert es einfach mal aus. Es ist gratis, es ist umsonst. Es sollte wirklich draußen sein, das darf keine Fensterfront dazwischen sein, also Sonne auf die Haut ohne irgendwas dazwischen, irgendeine Folie, Kleidung oder Fenster. Und dann einfach abwarten, Timer stellen, 20 Minuten. Und es ist unmöglich, sich dabei schlecht zu fühlen oder danach. Ich probiert es einfach mal aus. Es funktioniert auch, wenn nicht so starkes Sonnenlicht da ist, also auch in den Frühlingsmonaten, Herbstmonaten. Und das war's, Freunde. Probiert es einfach aus. Ich bin euer Lieblings-Youtuber Maximus Rex. Abonnieren oder krepieren. Vergesst nicht zu liken, zu abonnieren und zu kommentieren, ob euch dieser Tipp geholfen hat. Bis dann! Maximus Rex. Abonnieren oder krepieren.